Ja, ich glaube so. Hm... Hm... 22 Uhr, denke ich mal. Tatsächlich? Ja... Mal gucken, wenn's ja wieder so... Aber das ist Sternenhimmel, das ist immerhin schon mal was, aber so eine dunkle Nacht ist natürlich auch uncool, ne? Naja... Dafür kommt die Atmosphäre besser raus, vor allem wegen den Lantern. Das stimmt, das kann man da nochmal zeigen, da haste recht. 7.1 ist hier nicht... Nicht? Äh, 2 ist geschlettet. Da hat Miss Hulu wieder geschlappelt, ey. Ich... vor allem nicht. Na ja, klar. Nix da. Ja... Warte ich grad, der schon auf 7.1 ist. Wer spielt denn da wieder mit meinem Surf rum? War das gerade? Ja, einer. Achso... Ups... Warte mal mal kurz drinnen. Kann ich rausgehen aus dem Surf rum? Ja. Ja. Warte mal kurz drinnen. 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 Ja, aber die Nacht geht ja noch, was ja nicht bewölkt... ...da wird die nicht so dunkel. Ja das stimmt schon, das stimmt, es bleibt ja ganz hell, na dann guck ich mal wie lang ich mach. Lass ich es mal oben stehen, maximal bis 22 Uhr auf jeden Fall. Aber man sieht schon, die Laternen die machen gut hell, die lohnen sich, die müssen wir überall platzieren. Mit der Zeit. Nix da. Güde? Ich dachte nix da, gibt keine Seile. Mit der Zeit habe ich gesagt, wir haben ja Zeit und es gibt irgendwann Seile, natürlich. Das Flachs fällt noch vor zehnfachen, wa? Der weigert sich. Ich mein, irgendwann gibt es ja Seile, ich wollte ja jetzt keinen Stress machen, nur irgendwann sind ja Seile da, dann kann man ja die Seile prioritisieren, es sei denn es gibt was anderes total wichtiges. Ja, Kleidung. Ich finde, ich will Laternen jetzt wichtiger als Kleidung, ehrlich gesagt. Da läufst du ja auch nackig durch die Gegend. Hey, ich mein, mit Laternen können wir auch nachts ohne Probleme arbeiten, oder? Wer war denn jetzt wieder im Observe? Ich nicht. Ich war im Construction, ach scheiße, muss ich ja dann auch Bescheid sagen. Am besten sagt man Bescheid, wenn man was langes baut, dass man was langes baut. Und bei so Kleinigkeiten wie Schaufen oder sowas, sonst ist es so viel Aufwand immer hin und wenn er zu fragen, wer macht was, wer macht gerade dies. Jetzt soll es sein Graben hier, ey, meine Güte. So, ich geh mal ins Leben. Wieso war es mit zweiter in Graben? Hm, ich bin mir gerade reingefallen. Ach so. Was machst du? So, Grundriss stehen. Ich geh zum See und verklopp mal nen Wolf. Oh, mach das mal. Ich bring mal ein paar Fische mit. Fische, ich hab keine Angel. Ich geh gleich mal wieder angeln. Das Problem ist halt immer, verschiedene Sachen ranzukriegen, damit du das Essen kombinieren kannst. Fische ist schon wieder weg. Oh, dieser graue Punkt da hinten ist ja schon der Wolf. Vielleicht gibt's Rollmöpse. Hehehe. 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 So. Das ist, ja. Nicht schlecht. Da passt 10.000 ein. Ja, genau. Ich muss kurz nochmal abreißen. Falsch verzielt, oder was? Ich bin nicht sicher, bevor ich den Eingang hingemacht habe. Aber ich meine, er war vorne rechts. Hier. Lagerfeuer. Aber ich mach's lieber weg. Probe alles reinhauen und dann nachher. Wird auch falsch. Ja, warte mal, was macht der? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab hier gerade... Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, will der mich veräppeln? Jetzt hab ich doch... Der Spacken. Ich hab das noch nicht gesehen. Ja die war weg. Ja, du musst, kannst grad nicht platzieren. Nice. Das sieht nicht aus wie die Kombination aus, nicht schlecht. Feiger Wolf. Dann hast du sogar zu beider Seite noch einen kleinen Eingang, Dora-Tor. Wo ist denn der? Dann kann ich bald ein Volllichter nämlich nach Rampe bauen. An dem Giebel. An dem Giebel. Aber das ist ein Feld noch flettend. Was für ein... Ach, ist das nicht geflettet? Eins führt nachher. Kann man gucken, ob ich es trotzdem flettend kann. Ne. Ne. Wo denn? Wo denn? Das Weitere an der Ecke, oder? An welcher Ecke? Ah, jetzt. Charge! So. Geh. Dann fähr mal in dieser fetten... So langsam. Hab ich doch gesagt, ob so langsam ist da drin. Ja. 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 Mein Gott, hab ich doch mit der scheiß Ausdauer hier. Ja. 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 Der Wolf plötzlich stoppt er und legt sich erst mal pennen. Naja, machen die doch immer. Und ja, das sieht sehr lustig aus, wenn man einen Wolf trägt. Ja, genau so wie du ein Elch trägst. Wo du da ankamst, hat sei ja auch raus, als würde ein Elch aus dem Meer rauskommen. Heide und dem Kopf da erst. Läuft aus dem Wasser auf erschienen. So, wo ist denn der Eingang dann? Kannst du mir das mal zeigen? Der Eingang vom Wasser. Ne, ich mein Eike ist also hier an dieser Stelle hier. Hast du grad gemutet oder warum sprichst du nicht? Stimmt. Ja, das dritte Quadrat ist es quasi. Okay, also eigentlich die Mitte von diesem Grundriss hier. Okay, also hier. Ja, genau. Ja, genau. Sehr schön. Weil dann mach ich da nämlich ne Rampe hin. Wenn man da auch gut hinten kommt. Okay, Exilvania schreibt, es geht mit der Dunkelkeit. Nee, geht. Hat er geschrieben. Wäre das noch bewölkt? Dann siehst du selber nichts mehr. Ja, das stimmt. Beim Notfall stelle ich die Brightness, also das Gamma noch ein bisschen hoch oder so. Das ist der Grund, oder was? Nein, das wird nach der Laterno und daneben kommt er. Weil hier ist nachher, guck mal. Hier hast du ja den Eingang, die drei Felder. Haupteingang, wo ich daneben eine Laterne und dann den Brunnen. So dass der Haupteingang noch beleuchtet ist. Ja, ja, richtig, richtig. Gert cool. Die Optik sieht sehr gut aus. Ach, wie schön hell es hier ist und wie die Apfelbäume hier bestrahlt werden. Sieht auch schön aus bei Zeus. Boah, ich hinten muss ich dann auch mal gucken gehen. Ich muss da auch nichts drauf sammeln in der Laterne. 1.800 Steine brauchen wir dafür. Ein Tor-Modul, 10 Fenster-Module, 500 Ziegel und 10 Building Locks. Ja, 100 Building Locks. Alter, ganz schön viel, ne? Ja, mehr Ziegel mache ich gerade. Die ersten 50 sind gerade im Ofen, apropos. Die sind schon verbrannt. Oh, fuck. Die sind schon verbrannt. Die sind schon verbrannt. Oh, fuck. Ach, eigentlich ist es gut da. Was? Wie gesagt, ein Glück bin ich jetzt gleich auch mal wieder da. Kannst du nicht beten, um schneller nach Hause zu kommen? Und wenn ich was trage, geht das schon nicht. Hält sich aber auch wieder an. Ja, ne? Oh, ich habe noch 20 Kohle. Da oben genug. Okay. Lachst du so? Ich beobachte dich. Wie? Ich bin mal geblendet. Du bist hier nicht ganz normal. Genau so. Ja, wenn du aber ausprobieren kannst. Hier ist kein Problem. Ja, ich bin da oben, ich habe gerade schon geschockiert. Das muss doch oft verbringt. Ja, ich bin da oben. So sieht's aus, wenn man einen Wolf trägt. Sieht aus wie ein ausgestopfter Wolf. Also da fällt mir gerade was ein. Warte mal kurz. Das ist mir gerade sage und schreibe. Zwei Schaden gemacht. 2,6. Gut. Yes. Herzlich willkommen. The Buyer. Ist auch dabei. Da sind ja recht viele Zuschauer. Ja, da sind Zuschauer da. Ich freue mich. Ich freue mich tatsächlich. Hallo. Hallo. Dass du dabei bist.